El Colegio Alemán de Quito les da la bienvenida, agradece su presencia y les invita a disfrutar de este evento cultural. Die Deutsche Schule Quito heißt sie herzlich willkommen. Wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Vielen Dank. Guten Abend zusammen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie uns so viel Vertrauen schenken und heute Abend zu dem Konzert gekommen sind. Buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por su confianza que participen hoy por la tarde en este concierto. Nuestra filosofía es simple, pero importante. Por un lado, estamos muy estrictos con los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, estamos bastante preocupados por la salud emocional, porque eso también es importantísimo. Also unsere Philosophie ist sehr einfach eigentlich. Wir achten auf der einen Seite sehr strikt auf die Einhaltung der Hygieneprotokolle. Auf der anderen Seite ist es uns aber auch ganz wichtig, die emotionale Gesundheit im Blick zu behalten. Ustedes, como padres, saben muy bien qué importancia tiene esta salud emocional, que los niños, ustedes también, nosotros necesitamos los contactos sociales. Ja, es ist ganz wichtig, Sie selber wissen das auch, wir Erwachsenen wissen es, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind, dass wir eine Balance finden müssen zwischen beiden Polen und ich denke, das ist gelungen. Heute Abend mit diesem Sicherheitskonzept, ich bedanke mich ganz herzlich bei der Fachschaft Musik, bei den Technikern und ganz insbesondere auch bei Diana Hübenthal, die sie hier alle mit Nummern versorgt hat, sodass die Familien beieinander sitzen. Viel, viel Arbeit, vielen Dank. Also, vielen Dank, vielen Dank für den Arbeit im Bereich der Musiken, von den Technikern und in speziell von Diana Hübenthal, die uns hilft, mit Nummern für jede Familie. Es war ein Puzzle ziemlich kompliziert, aber ich glaube, dass es gut funktioniert. Also, ich möchte noch nicht mehr sprechen, dass Sie noch nicht mehr sprechen. Und nochmals, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sehen uns, dass sie und sehr, sehr gut sind. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Pastore y Niñito Carpintero. Estas canciones son compuestas por Efraín Gabela. Herzlich willkommen zum Weihnachtenkonzert 2021 der Deutschen Schule Kito. Heute Abend lade ich Sie ein, alles zu vergessen, was in den letzten Jahren passiert ist. In der Weihnachtszeit spüren wir Frieden und Liebe in der Luft. Wir hoffen, ihr gewinnt diesen Moment, dass mit viel Mühe und Liebe in der Schule der 5. und 6. Klasse vorbereitet haben. Jetzt spielt Chora 5. und 6. Klasse. Dirigiert Efraín Gabela. Sie spielt en el Portal de Belen, Camina Belen, suena una canción, suenan las campanas. Vamos, Pastores, un Niñito Carpintero. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Esta noche en Belén, una estrella brilla más. Suena una canción en mi corazón, esta noche es Navidad. Suena una canción en mi corazón, esta noche es Navidad. Un viñito nacerá todo este universo azul. Él lo llenará y bendecirá con amor, con luz y paz. Él lo llenará y bendecirá con amor, con luz y paz. Un viñito nacerá todo este universo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schönen, 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 Lass uns noch mal, lass uns noch mal wieder, lass uns noch mal wieder. Din-Din-Din, oi jetzt, na-di-doll, jetzt nach wieder. Din-Din-Din, 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 din-Din. Din-Din-Din, din-Din-Din. Fin-Din-Din 2018. Din-Din-Din, din-Din-Din. Los pastores, la noche llegó, barrios de estrellas brillando en Belén, a su pequeñito llorando está, otras campanas también cantará. Los pastores, vamos a Belén, ellas escuchan campanas sonar, despierten ya, vamos al niño a adorar. Los pastores, la noche llegó, barrios de estrellas brillando en Belén, a su pequeñito llorando está, otras campanas también cantará. Vamos pastores, vamos a Belén, vamos pastores, vamos a Belén. Vamos pastores, vamos a Belén. Aplausos 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 Camina, camina, José y María caminan hacia Belén, Los pastores, los pastores, los pastores, cantando, llevando labrigo y miel, con su borreguito un poco cansado, ya van llegando a Belén. Aplausos 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 Das ist ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind, ein Kind. Das ist 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 ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, 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 ein Kind, ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind, ein Kind. Sehr gut. Super. Ich kann die Melodie, nicht? Ja, jetzt auch noch schönen guten Abend von mir. Vielgleich. Buddha ist denkbar, muy buenas noches de mi parte también, con esta presentación de nuestros brass, nuestros vientos de bronce. Terminamos nuestra segunda parte de estos dos conciertos. Creo que todos hemos disfrutado mucho estos jóvenes artistas en el escenario. Creo que es sumamente importante que ellas también puedan presentar, que están practicando en sus clases. Para estar motivados y motivadas para sus clases y especialmente también para presentarlos. Ich möchte das auch nur noch mal ganz kurz wiederholen, wie wichtig das ist, dass die Kinder tatsächlich das, was sie während ihrer Unterrichtszeit in den Instrumenten lernen, dass sie das auch präsentieren können. Und ich möchte mich ganz herzlich auch noch mal, wie Herr Dr. Heiß schon gesagt hat, auch bei Ihnen bedanken, liebe Eltern, dass Sie da uns unterstützen, dass Sie mitmachen, dass die Kinder zu Hause auch üben dürfen. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht immer einfach dazuzuhören, aber man sieht, die Ergebnisse sind dann doch sehr, sehr schön und ich bitte Sie auch weiterhin, das zu unterstützen. Muchísimas gracias también a ustedes, queridos padres, por su apoyo, porque sin este apoyo no hubiese sido posible todo de hoy. Ustedes tienen que soportar a veces lo que están practicando en la casa. No siempre debería ser fácil, me imagino, pero lo que hemos escuchado hoy, creo que era un excelente resultado. Y ahí también muchas gracias a ustedes. Un aplauso para ustedes mismos. Vielen Dank. Ja, por favor, que han hecho un tremendo trabajo. Muchísimas gracias, queridas y queridos colegas, por todo ese trabajo. Bueno, eso es su aplauso. Bueno, ya les dije, nos vemos después afuera. Bueno, antes que nos vayamos de este lindo teatro, queremos terminar un poco más tranquilo, tuvimos al final algo muy alegre y ahora también falta la otra parte que está un poco más de corazón, un poco más de nuestra alma. Con eso les llamamos a ver por video, vamos a terminar nuestro concierto. Ustedes están bienvenidas a comprar afuera unos choripanes, unas bebidas, entonces ahí creo que es suficiente. Bueno, entonces paramos el video y después terminamos el concierto. Muchas gracias y buenas noches, una feliz Navidad y un buen año. ¡Gracias por ver el video! 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 Amen. Amen.